Ah, einen Wunderschönen guten Bonjour gewünscht, heiße ich mir dann. Ich habe nächstes Online-Matsplay. Cool, also, ähm... Wann komm her? Wann komm her? Wann komm her? Oh, cool. Wo ist das gehen? Ach, das geht also. Ihr seid nicht so gut, dass wir. Wann komm her? Wann komm her? Wann komm her? Für die Horde! Für die Horde! Also, passen wir auf. Das ist Shadowfang. Wo muss denn hin? Schau mal. Das Schurk-Buttonfang. Äh, ja. Schattenfang. Buttonfang. Äh... 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 Spitze Eifösche? Ich hätte empfangen. Die hatten wir schon... Äh... Ja komm, hol mal. Äh, finde Fottenschang. Ja, äh... Ja, aber frag ich mich. Wieso? Äh... NOOOOO! Äh... Ich... Fick dich einfach. Ich muss nur eine Quiste machen. Wann sag ich, so. Und heute komm ich rum zurück. Wann sie auch. Wie ihr den mal ein paar Jahre zurückkommt. Und da ist eine nervige Wehe. Gläuft, marat. Ich bin so. Nein, der darf nicht nervig. Gekl, der schaue nicht rein. Den aus nervig. Gläuft, marat. He 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 yeah Falsche Zeit rausgegangen Ich habe keine Chance Ah, hi, hi, hi Ich werde mal Einmal eine Frisur machen Zopf, zopf Zopfchen Zopf, zopf Ich habe nicht durchgegangen Ja, du hast doch noch tatsächlich Holzgibner reingewangen. Ja, okay. Das ist doch egal. Das ist auch egal. Signal! Signal! Äh... Oh! Keil! Zutreten! Zutreten! Betreten! WTF? Du kannst doch noch ein Irrt machen. Äh... Komm, laufen wir schon mal rumraden. Sobald man da fertig ist, kann man die Quasse mit dem Urgrimma aufgehen. Wow, cool! Äh... Nice. Nice. Oder? Oder? Ja, komm, ich... Ich geh da lösen. Ich geh da noch bisschen Schmiedekunst weitermachen. Ist doch gerade so gut, ich könnte noch gehen bleiben, wenn ich Schmiedekunst noch mal anheu. Oh, jung! Okay. Und wenn du beim Besten willst keine Lust tue, ist... Akzeptiere einfach, du Honk. Akzeptiere. Cool. Buche kröck anfangen. Fuck anfangen. Ja, die lässt sich hier auf den Marschetten fängt, wer weiß ich erzählen. Dabei geht hier schon mal mehr als, äh... Ja... Als Tank. Ja... Ja... Ähm... Huuui! Ich muss einfach mal sie ausdrücken. Huuui! Huuui! Wie ist das? Wow, cool. Das ist viel cooler Absatz zu tun. Pei-hi. Pei-hi, kannst du Pei-hi? Okay, cool. Ja... Ah... Ich wollte eigentlich... ... alle komplett abholen, das wären dann... WTF? Von einem Kuh. Nice. Äh... Ja... Wie lange wird das gehen? Äh... Wie lange wird das gehen? Das wären 3 Stunden. Ich meine, ich habe definitiv keine 3 Stunden gelebt. Das kann er vergessen. Papa muss keine 3 Stunden W.W. Papa hat gestern ein bisschen langen Aufwand gehabt. Das war's der... A menge... Skype... Rundenbuss, an dem was am Gang mit quatschen. Nee, geht raus. Oh ja, komm, komm. Ich... Schüsse... Ich geh raus. Ja, könnt ihr euch zum Beruf. Ja, das ist auch noch viel kurz. Oh ja, fängt das viel kurz. Jetzt habe ich jetzt so lehm aus. Jetzt habe ich jetzt so lehm aus. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Wieso? Ich bin Hans Gore. Ich bin Al Gore. Was jetzt? Ich bin von dem Lassenden. Also, passende Waffen. Mondsternballen, glaube ich. Alles klar. Nein, ich glaube nichts. Jetzt sind es nicht. Ich habe jetzt mal ein Geräusch. Okay, ich bin es selbst. Ich habe jetzt nicht alles. Ich bin mir sicher. Und ich kann mich schlafen. Jetzt habe ich mir ein Geräusch. Und Ding dabei. Cool. Glaub ich, wie machst du? Na gut, bei... Ja, ich hab schon gesagt Stufe. Aus... Das ist jetzt der Mundschallbarren. Es sind noch mehr wie genug. Schwerter, Familie, Scheider, bla bla bla. Okay, das, das tut. Oh, komm ab. Nein, stimmt. Zufallüberlosen. Nein, stimmt. Zufallüberlosen. Alles so perfekt. Wir können kreien. Ah, geht weiter. Ja, das wäre weh. Aber wie weh, sie nehmen Aschlöscher. Das sind nicht von denen. Na, römer. So, mal entfernt der zum Kampfes. Der hat des Kampfes. Joppala, sagst du. Und schau den Ohtomol kurz. Ausgesagt. Okay. Äh... Was in der Reihe. Brauch ich sowieso nicht. Wird gut, ich hab noch ums Kinn. Das hier kein Plot. Das lange kein Plot, das wird gewährt. Ums Kinn, guck mal. Na komm. Ich brauche mal ein bisschen off-Tank. Wenn wir das können. Hintertäuschbrauch. Oh ja. Hintertäuschbrauch. Merci. Cool. Da kann man auch, kann man auch gut führen. Fangen wir doch mal zumindest. Jo, mein Damage auch so gut wie die Inni-Hai. Ein kleines Zuckubus. Wie live. Ein kleines Zuckubus. WTF? 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 Ah, nett. Kann man auch immer sehen. úng benannt. gekostet und von herz gemacht stirb 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 geht hier aber relativ fix von das geht gut führen oder faktor gezahlen können ok so am besten noch mal raus aus der grütze muss Das ist schön, dass er ein Heller unten ist. Oh nein, du bist direkt. Ja.